Was? Ich hab da zuckerfreak grad ein mega ungutes Gefühl gerade Komm, wir spielen T-T-T Das tut meinen Gegnern weh Wir spielen Trouble in Terrorist Town Ich wünsch euch ganz viel Spaß beim Anschein Aber es kann nicht sein, dass wir alle die ganze Zeit wegen diesem Scheiß Sacken sterben Ich hab ne Waffe, ja! Jetzt bräuchte ich nicht mehr schlagen Ihr seid voll die Noobs Ja sorry, dass ich geschlagen hab vorher Ja, Lars, aber ich wollte ne Waffe haben Ich hatte so Verlangen Boah, zuckerfreak, du hast ja richtig krasses Karma Geh weg, geh weg hier Was machst du hier oben? Wollt ihr, ey, geh weg Du bist hochgekommen und sagst, ist er weg, ey Na, geh runter Ich will nicht wo da gehen, weil ich werde sowieso fail mit den Leitern Ja, mach Ich war erst hier, das ist mein Gebiet hier Man kommt doch da oben irgendwie auf die Insel, oder? Ich hab überlebt Zuckerfreak Ok 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 Toi Strecklos, warum stehst du da so rum? Weil ich auf Zuckerfreak warte Dass ich ihm eins draufbämsen kann Wo ist der denn? Ich sehe nur dich im Moment Ich glaub der ist da drüben bei dem Turm, oder? Pass mal auf Das ist gut Nö Der versteckt sich, oder? Oh, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier, jetzt hier, bei mir, bei dem anderen Turm. Ja, toll, achso, ja, danke. Bei mir hilft mir da echt viel. Bei dem anderen von den beiden Turmen. Alles klar. Ich habe Angst. Ah, und da liegt auch der Wave. Oh, du Penner. Der ballert auf mich gerade. Weiß gerade bloß nicht, wo er ist. So ein Problem. Also, ich sehe dich. Ich mache jetzt einfach mal einen Abgang. Der ist in dem Turm da hinten. Und er schießt auch immer noch auf mich. Ist so immer auf dem Turm. Auf welchem? Auf dem, wo ich bin, oder auf dem drüben? Ne, auf dem mit dem roten Flaggen. Ne, doch. Okay. Warte, ich komme zu dir raus. Ich habe noch eine Shotgun, das bringt mir jetzt gar nichts. Treffe ich den überhaupt? Scheiße. Scheiße. Ah, nein. Ich bekomme meine so viel Panik. Ich hätte es wissen können. Ich hätte es wissen müssen. Auf geht es, ab geht es. Oh super Boah Das kann nicht wahr sein Das hier Was ist denn da eigentlich so? Was ist denn da eigentlich so? Also diese Leitern hier auf dem Web, ne? Du warst hier irgendwie gerade richtig an Alter, diese Ablenkung von Steckdose Nicht schlecht Die Waffe, die da flog in der Luft Die wollte ich haben, aber das ging ewig nicht Ich hab die nicht bekommen Ich hab gewusst Weißt du? Mann Ich kotze mich gerade ein bisschen an Ja, ich hab dich extra runter gehen lassen Weil ich mir gehofft hab, dass du dich verletzt oder so Ich bin da Ey, ey Okay, ich geh da nicht hoch Was war jetzt? Wie kommt man denn da oben auf die scheiß Plattform? Ich kann das ja nicht Vielleicht wenn ein Traitor kommt Hilfe Vielleicht, ich glaub Ich glaub das ist ein Secret oder so Wegen dir hab ich nur noch 4 HP, alter Fick dich Warum schießt du mich ab? Bist du ein Fenner? Warte, warte So Schau mal hinter dir Wave, hinter dir Genau deswegen Weil du so gefragt hast Wie kommen wir denn auf diese Plattform da drauf? Das frage ich jede Runde Nee, 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 nee Das hab ich alle 3 Runden gefragt Außerdem, wie gesagt Du hast den Traitor gekillt Das ist eigentlich immer ein Indikator dafür, dass du jetzt Traitor bist Hä? Aha, ah, natürlich Sagst du Du bist jetzt auf dieser Dalu-Karte, ne Der ganze Zeit immer genau weiß, was wie ist Ja, natürlich Außerdem hab ich ne Schaufel Das ist ein gutes Zeichen Das heißt, du bist jetzt Traitor? Alles klar Ich hab dich ja nicht gekillt Doch, ne, okay Alles klar Scheiße War ein mega lecker, Mann Der, der, der Zuckerfreak Hinten ist ein Haus, komm mal dahin Nee Wo soll denn hier ein Haus sein? In der einen Ecke Also, also, also Kann man irgendwie auf die Le... Kann man dann irgendwie hoch? Nein, ey lass mich mal durch Lass mich durch So, dann bist du halt der Traitor Geh mal weg, Alter geh mal weg jetzt hier Zuckerfreak ist es safe Ja genau Der war gerade auf der Plattform Deine Mutter war auf der Plattform Meine Mutter war jetzt nicht auf der Plattform Ja stimmt Stimmt, als wär sie schon runtergefallen Stimmt, wo die kann ja runterfallen Ist ja nicht cool Hä, ich komm hier nicht zum Haus Da ist ein Haus da oben, aber da kommt man nicht Hhhhhhh Ah Ähh Scheiße war das knapp Was ist jetzt passiert? Oh Mir ist fast die Leiter wieder runtergefallen Lass mich mal kurz die Waffe auf! Nein! Alles klar Hey, ITGaming, lass mal kurz Ich brauch die Waffe hier Macht dir einen da für ein Theater die ganze Zeit jahre ist hier er steckdose schießt auf mich ja warum holen als der kreis soll die um die bis genau vor der steckdose gelaufen ist fertig entschuldigt ich war's doch gerade eben also davor die runde davor zwei runden was wir wollen es ist blut die Leute Tito ist es Tito ist es direkt in mir die Mail gezogen hat um was 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 Nein, diese Scheißding hat nur sechs Schuss. Ich hab's mir schon gedacht, als ihr die Sniper rausziehst und dann lacht ich mir so, hm. Hä, aber wieso hast du mich abgeschossen? Steckdose, das war uncool. Völlig ohne Grund. Ihr habt das super schön gemacht, weil dadurch konnte ich einfach schön die ganze Zeit ihn töten. Geh weg zu meiner Waffe, danke. Oder die hier. Die PP19 ist gut. Oh, ne geile Waffe. Oder ne, ne, die PP19 ist meine. Danke. Alter, ich hab... Ich hab keine Waffe. Da liegt doch noch eine. Die ist minderwertig. Deine Mutter? Okay, ich hab damit auf. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Wo bist du jetzt mal Schluss mit deiner Mutter? Jetzt ist echt mal Schluss mit deiner Mutter. Ich hab gesagt, ich hör auf. Ich mach jetzt deine Vaterwitze. Wenn dir sie besser gefällt. Dein Vaterwitze. Ah, da bist du, du Penner, Alter. Wusste es. Wenn du mich... Okay, steckdose, schieß vielleicht. Schieß gleich auf mich wahrscheinlich. Alles klar. Da hatte ich nicht vor, aber ... Du hast doch grad gesagt, jetzt bist du fällig. Ja, stimmt. Du bist jetzt echt fällig. Ja okay, du schieß auf mich dann, bis ein Traitor. Oder verlierst dein Karma. Okay, ich sollte nicht über Karma reden, aber okay. Karma is a bitch. Was? Achso! Wer spielt hier die ganze Zeit mit der Tür rum? Das ist leicht, ne. Ist leicht irritierend, möchte ich mal so sagen. Ich hab grad, ich hab grad so einen Schatten gesehen, aber kein menschen dazu du sagst ich dich verwirren das spielst du auf dem kopf gelandet okay du bist wieso bist du geradet wegen der drei leiter oder wegen was wer hat steckdose steckdose alter fuck alter ich auch nicht lass mich mal kurz nachladen danke okay ach ja ich würde es aber interessieren wie man auf diese insel kommt war der tod jetzt war der tod jetzt vorma am spornen an der jahre ich noch mal wieder du bist nicht noch mal später hatte ich jetzt mega viel glück also bis da noch gespawnt okay steckdose ist diesmal nicht schweiler glaube ich ich habe als zuckerfreaker hat ein mega ungutes gefühl ich auch so geht der schatten durch die wand bist du ja link oder ja 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 wieso muss die tür von mir zu ist alles so fies zu mir diese runde ich kann aber auch hier oben runter gehen deswegen macht es keinen sinn ah wie der stehst also da hätte er steckt was ist so ewig gerade an der stelle gestanden so shop und so ich hab dich im blick ich hab hier nur so eine scheiß galil galil ist die galil kann viel aber ich wer wer als erstes verdächtigt der könnte es eigentlich sein oder wafers als erstes aber ich glaub nicht ich glaub nicht dass es ist ja wir sind uns entgegen gekommen ich glaub nicht dass es ist ich glaub immer ich glaub immer noch dass es zuckerfreak ist dann tötet ihn doch da hat er nicht in meiner Nähe und nach der aussage nach der aussage glaube ich dass es tut die tgaming hat die tgaming gesessen nein ok kleiner kleiner wixer das ist aber nicht nett von dir ich bin mein tg- ich bin mein tg- ich bin die alte codnascher ich glaub's ja nicht von wo ist das jetzt nochmal tricky Na ET? Na? Du Traitor-Sau? Bin doch nicht Traitor. Nö, nö. Alle anderen sind tot, aber die tun nur so, die sind nicht tot. Nö, nö, die tun nicht so und das Confirmed Death, das steht da auch nur so zum Spaß. Ja, das hab ich da hingeschrieben. Na, was ist denn? Ach, die hängen noch ein bisschen was ab. Die lassen sich... Die lassen sich hängen. War wohl schlecht. Seife knapp, oder? Aha, kein Stress. Das funktioniert schon. Ich hab grad wie so'n Standbild hier. Ich hab's jetzt... Warte auf dich. Schön. Warte auf. Du hast mich komplett verarscht. Du Kack. Du Kack, Spack, Alter. Boah, ey, Mann, ich wollte grad auf ET-Gaming, wo ich grad die andere Waffe hinnehme, weil meine Waffe scheiße war. Da kommt der um die Ecke mit nem Melonen und BAM. Ja, das Asoziale war, ich hatte ja dieses Messer, ne, und da stand in der Info, ja okay, killt einen, äh, killt mit einem Stich, aber kann man halt nur einmal benutzen. Ich schlag auf dich zu. Du lebst immer noch. Ich hab keinen Schaden bekommen. Warte mal, war das, war das bei unserer ersten Begegnung oder bei unserer zweiten? Ne, ne, ne. Später, später, später. Okay, dann hab ich 50, ich hab 50 Schaden bekommen. Boah! Oh, ich dachte schon. Hast du gestorben? Ich dachte schon, ich sterb jetzt, aber zum Glück. Zum Glück war dem nicht zu. Den Echsen, den ich seh, trotzdem... Hinter dir, pass auf, hinter dir, pass auf. Warum stießt du da so rum? Pass auf, hinter dir, Steckdose. Pass auf, hinter dir, Steckdose. Bin ich jetzt tot, oder was? Litos? Nein. Na klar, nein, ich bin nicht tot. Wenn sie grad geschossen. Nicht, du. Wieso sind da hinten zwei bei euch auf dem... Alles klar, oben auf dem Turm ist, äh... Irgendjemand. Und unten... Ja, du bist auf dem anderen Turm, Lars. Auf dem anderen Turm, auf dem anderen Turm ist die E.T. Gaming und... Der Steckdose... Ne, mal hoch hier, Alter. Du vollidiot. Was ist denn los, E.T.? Ich will doch nur hier rauf und du willst gleich runter. Ich hab ja auch Angst. Ich komm rauf, E.T. Vlatsch. Hallo. Der Lars steht da mit seiner Pump Shotgun. What? Ich hab dich nur gesehen, nichts. Boah, ich hab mich grad noch gefangen. Der Soccer Figures wird denn das, wenn's fertig ist? Ich will hier aus dem Web klettern. Ah, ich komm mit dir. Hallo. Es geht ja nicht weiter. Fall nicht wieder runter. Es geht nicht weiter. Alter, warum fällst du jedes Mal runter? Ich glaub, das ist... Ich bekomm das nicht geschissen. Ach doch, Trader. Hier geht's nicht weiter. Hä? Ja, das ist ne Wand. Unsichtbare Wand. Ja, wie kropp hast du ne Haus da hinten? Ja, komm mal. Nein! Gibt's wahrscheinlich irgendwie... Nein! Da warst du's doch. Hä? Hab nur zwei HP. Hab's trotzdem gekriegt? Scheiß, sie werden daten. Ich wusste schon, Soccer Figures ist nicht, ist nicht Trader. Ich wusste es. Jaja, ich bin's auch. Meistens nicht. Auch wenn ich's bin, bin ich's eigentlich nicht. Stehen nur da. Soccer Figures ist es. Ja, stimmt. Ich bin, ich bin, ich bin Trader. Okay. Trader. Okay, wer hat jetzt gerade gesagt? Den schießen wir alle ab. Lars. Nee, Wave. Wo ist Wave? Hey, nimm ne Waffe in die Hand. Sonst wirkst du... Ich hab keine Waffe. Sonst wirkst du unseriös. Ich hab nen Brecheisenmagnetur Stick und unbewaffnet. Ja, nimm unbewaffnet. Das ist viel cooler. Lass uns alle unbewaffnet rumlaufen. Genau. Können wir uns noch boxen? Steckdose steht da. Ich bin auch unbewaffnet. Ja, komm, wir machen jetzt einen Marathon. Durch die... Unbewaffneter Marathon? Durch die scheiß Leitern, Klettern, Scheiße. Ich hab schon wieder Schaden bekommen. Nein! Alter, ich hab jetzt echt noch auf mir langsam. Die Leiter? Aber es ist eh letzte Runde. War das. Geile Runde. Ja, so. Ja, nächste Runde. Also, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Pulsivwertung da und abonniert natürlich die anderen Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder, wieder. Bis dahin. Tschau, tschau. Tschüss. Tschüss. Ich nehm jetzt diesmal... Nehm mir Airbus, Airbus, Airbus. Das hatten wir schon. Nein! Ja, egal. Spielen wir die nochmal, die ist gut. Ah! Haha! Haha! Ich habe schon mal ein Wetter, weil ich kenne. Ich habe schon auch mal eine Pulsivre. Ich habe auch noch eine Pulsivre.